Was hast du am Wochenende gemacht? Gestern Abend war in Berlin die lange Nacht der Museen. Der Abend, bei dem eine Reihe von verschiedenen Museen in Berlin bis spät in die Nacht geöffnet haben. Ah ja, das kenne ich. Wie war es denn? Ich habe gehört, dass gestern Abend sehr viele Leute dort hingegangen sind. Ich habe im Internet gelesen, dass über 50.000 Menschen daran teilgenommen haben. Ja, es war sehr voll. Ich hatte aber eine echt gute Zeit. Viele Museen in der ganzen Stadt haben bei der Aktion mitgemacht. Aber wir haben uns entschieden, in der Nähe der Museumsinsel zu bleiben, wo viele der größten Museen sind. Zum Beispiel das Pergamon Museum und die alte Nationalgalerie. In jedem Museum gab es ein Programm mit interessanten Veranstaltungen, also informative Führungen, Tanzaufführungen und interaktive Aktivitäten für Kinder. In den Museen, die wir besucht haben, war es unfassbar voll. Und auch auf den Straßen gab es auch viele Menschen bei den Essensständen und den Konzerten im Freien. Ich war mit ein paar Freunden unterwegs und es hat echt Spaß gemacht. Wir haben eine Flasche Wein mitgenommen, die wir dann zusammen getrunken haben, als wir in der Schlange zu den Museen standen. Es war ein wirklich schöner Abend. Wir waren in der alten Nationalgalerie, wo wir eine Ausstellung über moderne Kunst, eine andere über den Jugendstil und eine weitere über den Impressionismus gesehen haben. Dort waren viele Werke des österreichischen Künstlers Gustav Klimt ausgestellt und wir haben an einer Führung durch die Ausstellung teilgenommen. Es war interessant, mehr über diese neue Welle von Künstlern zu erfahren, die sich gegen die Traditionen der Kunstakademien auflehnten und sich zu der Zeit für künstlerische Individualität eingesetzt haben. Das Ergebnis war eine dynamische Ausstellung, eine Sammlung von Werken von Künstlern mit ganz unterschiedlichen Stilen und künstlerischen Handschriften. Käthe Kollwitz ist eine Künstlerin, deren Werk ich sehr bewundere. Sie hat die Auswirkungen von Hunger und Krieg auf die Arbeiterklasse dargestellt und oft auch den Schmerz von Müttern und Frauen. Ich habe auch einige ihrer Werke in der Ausstellung gesehen, die ziemlich beeindruckend waren. Ich glaube, das Werk in der Neuen Wache in der Straße unter den Linden, welches man kostenlos besichtigen kann, ist auch von Käthe Kollwitz. Es ist eine Skulptur mit dem Titel Mutter mit totem Sohn. Oder? Ja, das ist richtig. Aber jetzt haben wir auch genug von meinem Wochenende geredet. Was ist mit dir? Herr, was hast du so am Wochenende gemacht? Ich hatte ein paar Freunde zu Besuch in Berlin und habe ihnen ein bisschen die Stadt gezeigt. Oh, cool. Was hast du ihnen gezeigt? Was habt ihr gemacht? Sie wollten unbedingt das Berghain sehen, also sind wir ins Berghain gegangen. Und wie hat es ihnen gefallen? Hatten sie eine gute Zeit? Ja, ich glaube, meine Freunde haben gestern Abend echt viel Spaß gehabt. Mein Freund Assem hat es nicht so toll gefunden, so lange in der Schlange zu stehen und zu warten und war kurz davor, aufzugeben und nach Hause zu gehen. Oh, aber er hat nicht aufgegeben? Nein, wir haben ihn überredet, noch eine Viertelstunde zu warten. Ich kann das aber auch total verstehen. Wir haben echt lange in der Schlange gestanden. Als wir dann irgendwann an der Tür waren, waren meine Freunde etwas überrascht, dass sie ihre Handykameras mit Aufklebern abdecken sollten, bevor sie in den Club durften. Ich habe mich dann entschuldigt, dass ich total vergessen habe, Ihnen das vorher zu sagen. Im Club hat es dann aber total Spaß gemacht. James, mein anderer Freund, hat schnell bemerkt, dass es im Club nirgendwo Spiegel gibt. Er hat überall nach einem Spiegel gesucht, weil er seine Kontaktlinsen überprüfen wollte und hat aber keinen gefunden. Er hat dann am Ende sein Handy benutzt. James fand es auch interessant, wie die Menschen zu Techno getanzt haben. Also jeder für sich und zum DJ gerichtet und er meinte zu mir, dass er das nicht gewohnt ist und das so gar nicht kennt. Er hat sich aber sehr schnell daran gewöhnt. Jedenfalls haben meine Freunde die Musik sehr genossen, viel getanzt und sich mit vielen Leuten unterhalten. Wir haben wirklich einen guten Abend gehabt. Als wir hierher gezogen sind, ist mir auch aufgefallen, dass die Leute oft auf eine bestimmte Art und Weise zur Technomusik tanzen. Sie marschieren so im Takt. Ihr müsst ein gutes Training gehabt haben, weil ihr die ganze Nacht getanzt habt. Habt ihr den Tag der Nacht dann damit verbracht, euch auch zu ruhen? Meine Freunde wollten während ihres Kurztrips das Beste aus der Stadt machen, also sind wir am nächsten Tag zum Thai-Park gegangen. Das ist ein Straßenmarkt, der von der thailändisch-deutschen Gemeinschaft hier betrieben wird und fantastisches Essen und Trinken anbietet. Das klingt nach einem gelungenen Trip und nach der perfekten Art und Weise, so eine Reise ausklingen zu lassen.